Weihnachtsmarkt Anfang Dezember, wie in jedem Jahr, freut sich ein jeder, weil Weihnachtsmarkt war. Von einem bis zum anderen Ende erstrecken sich die Buden und Stände. Apfel, Nuss und Mandelkern, Zuckerwatte und Weihnachtsstern, so viele Gerüche erfüllen die Luft und überall ein verlockener Duft. Auch heute ist wieder diese Zeit, in allen Städten, ob nah, ob weit. Dann werden wir aus. Die Natur spielen wir jetzt, das ist gut, kein Wunsch. Wir werden aus. Untertitelung des ZDF, 2020